Der Mann im schwarzen Mantel Die Grillen zirpen, das Wasser steht hoch, Ein Kleid auf der Leine, es trocknet noch, Das Fenster weit offen, die Bäume krumm, Gebogen sind sie vom Tropensturm. Kein Wort des Abschieds irgendwo lag, Sie ging mit dem Mann, sein Mantel war schwarz. Jemand sah ihn, er hing dort ab, Im alten Tanzsaal am Rande der Stadt, Schaut ihr in die Augen, als sie spricht, Sie bittet zum Tanz ihn das Maskengesicht, Es heißt, daß er Bibelsprüche sprach, Staub lag auf dem Mantel vom Mann in schwarz. Der Pfarrer predigt, vom Gewissen spricht, Wie lasterhaft, niederträchtig es ist, Daß es dich führt, verlaß dich nicht drauf, Denn selbst bist du's, auf den es vertraut. Man kriegt es kaum runter, was sie getan, Sie gab ihr Herz an den Mann in schwarz. Man macht keine Fehler im Leben, so heißt's, Und mancher sagt's, und es stimmt vielleicht, Ob Leben, ob Sterben, was liegt schon daran? Sie ging mit dem Mann, sein Mantel war schwarz. Rauch auf dem Wasser, seit Juni schon, Entwurzelt der Baum unterm Sichelmond, Spür diese Macht, die auf dich schaut, Draußen schlägt einer nen toten Gaul. Sie hat nichts geschrieben, sie hat nichts gesagt, Sie ging mit dem Mann, sein Mantel war schwarz. Der Mann im schwarzen Mantel Ein fremder Mann im schwarzen Mantel, das hat geradezu etwas von einem Italo-Western. Es ist ja auch mehr eine Ballade als ein Gedicht. Die Grillen zirpen, das Wasser steht hoch, Ein Kleid auf der Leine, es trocknet noch. Das Kleid könnte der Frau gehören, Die mit dem geheimnisvollen Fremden verschwand, Wie wir später erfahren. Das Fenster weit offen, die Bäume krumm, Gebogen sind sie vom Tropensturm. Eine Fortsetzung der Naturbeobachtungen, Die die Stimmung prägen. Kein Wort des Abschieds irgendwo lag, Sie ging mit dem Mann, sein Mantel war schwarz. Wir können mit gutem Grund vermuten, Daß aus der Sicht des Verlassenen erzählt wird. Auffällig ist aber, daß im ganzen Text Nie ausdrücklich die Ich-Perspektive eingenommen wird, Als wenn doch ein eher unbeteiligter Beobachter erzählt. Jemand sah ihn, er hing dort ab, Im alten Tanzsaal am Rande der Stadt. Schaut ihr in die Augen, als sie spricht. Sie bittet zum Tanz ihn das Maskengesicht. Es heißt, daß er Bibelsprüche sprach. Staub lag auf dem Mantel vom Mann in Schwarz. Die Figur ist nicht eindeutig auf etwas festgelegt. Er läßt sich auf den Tanzsaal ein, Also auf etwas, was mit Laster zu tun haben könnte. Sein maskenhaftes Gesicht drückt dann wieder Abweisung Gegenüber jeder Lebensfreude aus. Vielleicht sind die Bibelsprüche seine Art, Auf ihr Ansinnen mit ihm zu tanzen, zu verstehen. Ist er also besonders frömmlerisch, Oder als unheimlicher Fremder im schwarzen Mantel sogar ein teuflischer Verführer? Der Pfarrer predigt, Vom Gewissen spricht, Wie lasterhaft niederträchtig es ist. Scheinbar ohne Zusammenhang Kommt jetzt der Pfarrer ins Spiel. Daß es dich führt, Verlaß dich nicht drauf, Denn selbst bist du's, auf den es vertraut. Sagt das noch der Pfarrer, Oder ist das jetzt wieder Meinung des Erzählers, Daß nicht uns das Gewissen leitet, Sondern wir umgekehrt für unser Gewissen verantwortlich sind? Und vor allem, was hat das damit zu tun, Was geschehen ist? Man kriegt es kaum runter, Was sie getan, Sie gab ihr Herz an den Mann in schwarz. Die Fassungslosigkeit des Erzählers, Daß sie mit dem Mann verschwand, Spricht wieder dafür, Daß es seine Geliebte, Verlobte Oder gar Frau gewesen sein kann, Um die es hier geht. Man macht keine Fehler im Leben, So heißt's, Und mancher sagt's, Und es stimmt vielleicht. In welchem Sinne macht man keine Fehler? Gibt es letztlich nie etwas zu bereuen, Weil alles irgendwie seinen Sinn ergibt? Auf welchen Fehler wird angespielt? Auf ihren, daß sie ging? Auf seinen, daß er es dazu kommen ließ? Ob Leben, ob Sterben, Was liegt schon daran? Im Original bezieht der Erzähler diese Gleichgültigkeit Auf das Dasein aller Menschen um ihn herum. Sie ging mit dem Mann, Sein Mantel war schwarz. Rauch auf dem Wasser seit Juni schon, Entwurzelt der Baum unterm Sichelmond. Zusammenhanglose Naturbeobachtungen, Die für sich durchaus auch symbolisch Auf die Lebenssituation des Erzählers Bezogen werden könnten, Wenn er tatsächlich der Verlassene ist. Spür diese Macht, die auf dich schaut. Diese Macht wird nicht näher erklärt. Im Original soll man ihr vibrieren fühlen. Auch das sagt nichts darüber aus, Wie diese Macht zu verstehen ist. Wie auch immer, Ihr sind wir ausgeliefert. Draußen schlägt einer einen toten Gaul. Spätestens hier wird deutlich, daß das Geschehen, Die Frau, die mit dem Fremden wegging, Tiefe Sinnlosigkeit zurücklässt. Man kann immerhin spekulieren, Daß es genau diese Sinnlosigkeit ist, Der die Frau entfliehen wollte, Und daß ein mystischer Fremder, Der vielleicht auch noch religiöse Verzückung verspricht, Den Ausbruch aus solcher Sinnlosigkeit erhoffen läßt. Sie hat nichts geschrieben, Sie hat nichts gesagt, Sie ging mit dem Mann, Sein Mantel war schwarz. Natürlich fordert eine solche Figur Ihre symbolische Deutung, Vielleicht sogar als der Tod selbst, heraus. Das erzählte konkrete Verhalten am Tanzsaal Passt allerdings nicht ganz dazu. Ganz bestimmt wird hier nicht allegorisch Ein Selbstmord berichtet. Was unterm Strich bleibt? Die Erzählung, wie ein Mensch An etwas Fremdes verloren geht, und entweder eine leere, sinnlosere Welt zurücklässt oder durch sein Verschwinden diese Leere und Sinnlosigkeit erst erkennen lässt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!